Und sag, wie war's? Ach du, ganz toll, trotz des Wetters. Am besten war die Rede meines Bruders und die Musik der Band war super. Und das Geschenk meiner Eltern. Ja, natürlich. Und was habt ihr denn so bekommen? Wie viele Toaster hast du denn jetzt? Ach, nur vier. Nein, ernsthaft. Guck, ich hab alles noch hier. Also, das ist das Geschenk meiner Schwester. Ein bisschen kitschig, aber lieb. Hier, dieses Ding ist von Peters bestem Freund. Und das ist das Geschenk meines Onkels. Du weißt doch, der verrückte Bruder meiner Mutter. Du hast ihn in deinen letzten Ferien getroffen. Ja, ich erinnere mich ganz genau. Die Witze deines Onkels vergisst man nicht so schnell. Mensch, was ist denn das? Das ist das Geschenk von Peters Tante. Ist das nicht scheußlich? Und wegen ihrer Blitzvisiten können wir es noch nicht mal weggeben. Naja, aber guck hier. Das ist das Geschenk von Peters Mutter. Ist das nicht süß? Und das hier habe ich von Ernst, Inges Bruder, bekommen. Das ist das nicht so schnell. Vielen Dank. Tschüss. Das ist das nicht so schnell.